Oh, schon wieder auf Sendung. Oje. Na gut, dann gucken wir uns doch die Lodge mal ein bisschen genauer an. So, hier geht's rein in das schöne Zimmerchen. Das hier ist keinesfalls das Mittagessen. Das ist nur so ein kleiner Willkommensgruß. Jo, dann was haben wir hier? Na, gucken wir mal rein. Oh, die Bar. Das sieht gut aus. Well stocked. Da kann nichts schief gehen. Für den Day After ein bisschen Tee und Kaffee, was man halt so braucht. Das Bettchen. Noch ein kleiner Willkommensgruß. Dann geht's hier weiter ins Bad, was offen ist. Sieht auch ganz nett aus. Die Dusche innen. Und die Dusche außen. Was natürlich auch immer sehr schön ist. Unter freiem Himmel eine Dusche nehmen. Oh, hoppala. Jetzt der Kamera mal ein Bild. Wie geht's weiter? Ja gut, die Toilette brauchen wir nicht anzugucken. Die ist natürlich auch schön. Hier lässt sich's doch eine Weile aushalten. Hier fühlt man sich doch herzlich willkommen, denke ich. Irgendwas vergessen? Ach ja, noch was. Das ist der Weg aus der Lodge raus. Da gibt's dann das Meer. Das ist der Indische Ozean. Ist nicht so weit. Man kann da zu Fuß hingehen. Und im Moment haben wir sogar einen längeren Weg, weil es ist Ebbe. Denn wenn Flut ist, dann geht das Wasser bis hier. Und dann kann man immer noch da sich locker machen und die Füße ins Wasser halten. Und das werde ich jetzt auch demnächst mal tun. Salud.